Ideeller Kinderkulturtag meets Lenneper Sommerfest. Thomas Schmidtkamp von Lennep Offensiv. Das ist eine Kooperation, die Veranstaltung, richtig? Ja, ist in diesem Jahr mal was ganz Neues. Wir hatten jetzt vor den Sommerferien nicht so viele Termine, die wir vergeben konnten im Rahmen der Besprechung mit den Vereinen zum Lenneper Sommer. Und dann haben wir uns eben geeinigt, dass wir zusammen was machen. Und ich meine, also bis hierher, wir sind ja jetzt kurz nach Mittag, ist es sehr gelungen. Wir haben bei einer anderen Veranstaltung schon mal drüber gesprochen. Wichtig ist dann vielleicht auch ein verkaufsoffener Sonntag und heute findet er statt. Ja, natürlich. Deswegen wollten wir auch unbedingt diesen Termin halten, weil wir ja nach Satzung der Stadt Remscheid auch auf diesen Termin definiert sind vor den Ferien. Deswegen war eben Terminknappheit. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir zusammengekommen sind mit der Welle. Und bei den Einzelhändlern haben wir uns auch einmal umgehört. Ulrike von der Buchhandlung Schmitz. Für eine Buchhandlung ist ein verkaufsoffener Sonntag sicherlich auch ein schönes Angebot. Jede Möglichkeit, den Laden zu öffnen, dass Leute reinkommen, ein bisschen stöbern und gucken und vielleicht Geschenke aussuchen. Ist eigentlich immer eine gute Möglichkeit. Jetzt im Moment fangen wir natürlich mit Schulbuchgeschäft an, aber da kommen die Leute dann auch sehr gezielt mit dem, was sie eben auf dem Zettel haben. Aber so ein bisschen stöbern und vielleicht auch Wünsche kreieren, von denen man gar nicht weiß, dass man die hat. Das finde ich, da ist dann verkaufsoffener Sonntag immer eine gute Möglichkeit. Jackie vom Goldstück Home and Living, ja, verkaufsoffener Sonntag in Lennep für den Einzelhandel eine wichtige Sache, oder? Definitiv. Also der verkaufsoffene Sonntag ist für uns total wichtig, auch für die arbeitende Bevölkerung, die dann einfach mal in die Altstadt geht und ein bisschen bummeln kann, die das vielleicht in der Woche nicht schaffen. Und ja, die Leute kommen von überall her, gerade mit den Familien- und Kinderfest, dass alle, ja, dass die ganze Familie unterwegs ist. Ja, und auch mal auch mal andere Menschen, die hinkommen, die sonst so die Lenneper Altstadt besuchen. Was kann man bei euch finden? Bei uns gibt es Dekoration, bei uns gibt es Kleinmöbel. Wir beraten auch, wir verkaufen auch größere Möbel und Gartensachen etc. Das ist dann immer individuell, weil wir natürlich hier nicht so viel Verkaufsfläche haben. Ja, aber bei uns findet man Kleinigkeiten, Geschenke zum Geburtstag zum Beispiel. Wir verkaufen Wein und Spirituosen aus dem Ahrtal, auch ganz toll, haben wir eine ganz super Kooperation mit einem jungen Pärchen. Und ja, bei uns findet man alles, was das Herz begehrt und das Dekoherz und Geschenke. Sandra und Melanie von Die zwei Perlen. Verkaufsoffener Sonntag, wie wichtig ist das für den Einzelhandel hier auch in Lennep? Sehr wichtig, weil wir dadurch viele neue Kunden auch gewinnen und wieder zeigen können, dass wir noch da sind. Aber natürlich nicht nur an so einem verkaufsoffenen Sonntag kann man euch finden, sondern auch unter der Woche in Lennep in der Altstadt. Wir sind jeden Tag eigentlich da, außer mittwochs, da haben wir zu. Ja, verkaufsoffener Sonntag kommt also auch bei den Einzelhändlern an. Hast du schon von den Besuchern vielleicht etwas gehört? Ja, die Besucher sind angetan. Wir hatten ja ganz schlechtes Wetter. Heute Morgen war ja bis 11 Uhr noch heftiger Regen. Aber jetzt ist fabelhafter Sonnenschein und die Menschen strömen hier in die Altstadt und auf den Altermarkt und natürlich auch in unsere Geschäfte. Das, was wir wollen. Lass uns noch mal kurz drüber sprechen. Es gab beim letzten Mal Probleme oder bei der Beantragung? Diesmal ist alles glatt gelaufen? Ja, ne, bei der Beantragung gab es dem Wunder nach keine Probleme. Es ist eben von der benannten Gewerkschaft Eilandträge in den letzten Jahren bei den Verwaltungsgerichten gestellt worden, um uns eben die verkaufsoffenen Sonntage zu nehmen. Das ist auch gelungen zwischenzeitlich. Aber dieser jetzt hier im Sommer ist gesetzt. Der ist ja schon seit sehr langer Zeit beantragt und wir sind froh dafür, dass wir den auch jetzt so durchführen können. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag gibt es aber auch Bühnenprogramm? Ja, die Welle macht sich dafür stark und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Programm. Jetzt schon seit 13 Uhr und man hört es vielleicht im Hintergrund so ein bisschen. Die Tanzdarbietungen, die hier im Jugendzentrum einstudiert werden, die werden da dem Publikum gezeigt. Und das ist wirklich sehr unterhaltsam und auch beeindruckend. Kinder und Jugendliche sind gerade dann auch heute Thema? Ja, absolut. Klar, Kinder- und Jugendtag. Die Welle als Jugendzentrum und als gemeinnütziger Verein macht sich ja in diesem Themenbereich stark. Wir unterstützen das sehr, weil Lennepper Offensiv sich ja als Dachverband, so hätte ich fast gesagt, aller Lennepper Vereine versteht. So haben wir es von Anfang an gehalten. Und ich bin sehr froh, dass sich das über die Jahre so entwickelt hat und dass wir dann auch mit allen so eine tolle Kooperation haben. Dann danke ich dir für das Gespräch. Also unsere Impressionen von der heutigen Veranstaltung im Rahmen des Lennepper Sommers. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt hier in der heutigen Veranstaltung im Rahmen des Lennepper Sommers.